Ja, was machst denn du da oben? Hä? Meister Lampe? Ja? Ja, mit dir hab ich heute aber nicht gerechnet. So nah! Schätzli, hm? Ja. Unglaublich. Ein Berghase. Auf nicht einmal zwei Meter Entfernung. Dir weiß, dass ihm nichts passiert. Gell? Ja. Du bist ein echtes Alpenkaninchen. Hier. So. Ja. Und da hast du deine Höhle. Und da wohnst du im Winter. Jesus nein. Auf 2600 Höhenmeter. Armes Pärchen. Ist schon hart. Hm? Du. Du. Ja. Das habe ich auch noch nie erlebt. Das habe ich auch noch nie erlebt. Dass man ein Wildtier so nah kommen kann. Ja. 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 Und das habe ich auch noch gemacht. Ja. 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 Das ist schon fantastisch Du hast schon den Goldschatz behütet da oben Wie viele Mineralien die es da zu finden gibt zum nächsten Mal Hier muss er sogar den Akku wechseln und der will sitzen bleiben dabei beim Akkuwechsel Der geht keinen Zentimeter weg von seinem Bau Hm? Hier? Sag mir, wann kommt der Winter? Das weißt du sicher So Also, das kann nicht sein Okay Mit dir habe ich nicht gerechnet, da so etwas anzutreffen. Unglaublich, auf dieser Höhe. So ein schöner Hase. Und da liegt es ja gar noch Schnee. So. Gell. Und da ist der Stausee. Gell. 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 Oh, hier ist es noch, der ist mager. Unglaublich, wie sich die Tierwelt darüber behauptet. Ja, schön. Und weg ist er.